Lieber Freund, Bruder Sesta, wenn du dir gewählt hast, diesen Kartenvideo zu hören. Freitag mit dir. Ich vertraue, dass du wirklich gesehen hast, durch diesen Kartenvideo. Und auch abgebildet worden, in vielen Noten, wo ich gefunden habe. Und auch kein Wort hat mir. Ich wollte dir kurz aus Äquid-Balance sein, durch Kartenvideos, den du immer unterreden, von der Erleusung, der Säulichkeit. In einer Welt, wie du dich bist, und ein Tag, wo du dich in den Himmel gehst. Ich glaube, das ist der wichtigste Thema, den ich geben kann. Es ist der wichtigste Thema für Menschen. Der Ratung der Vergebung. Und so, ich würde in Kartenvideos stellen, wo ein erste Port, ein zweiter Port, ein dritter Port, ein vierter Port, was ich den Thema überall haben könnte. So, wenn ihr ein Video hörtet, würdet ihr vielleicht fern sein, weil ihr könnt ihr alle hörtet, fangt von Nr. 1 an, und auch ganz bald Nr. 4. Und ich würde so wie auch, dann so rechatten. Erstlich würde ich von dir, bei einem Buss betrachten, worum fehlt uns Menschen dort an Jesus? Worum fehlt uns dort an Vergebung? Weil ihr Gott mögt uns Menschen, weil er mit Adam und Äufer in den Garten wird ein Paradies, ein wunderschöner Garten, wo das so schön geht, wo alles fern wird. Gott hat gemeinsam mit Adam und Äufer und kann auf dem Duhl reden, dass er nicht von dir kann. Und so, dort in den Garten, du seht Gott, du hast ein Baum in der Welt, von dem soll die die Frucht von dem Baum nicht erben. Und weil dir die Frucht in der Nr. 1, die wir und all euer im Himmel rütt geschnitten werden, weil sie sich hier in Gott drehen, und so nicht erst die Frucht von Gott. Und so, Adam und Äufer sind dort im Garten, und an einem Tag kämpft der böse Frucht, der sich in der Schlange hängelt sich in den Eufel zu verleten. Gott ist für die böse vielführende, der ist so hängelassig, der kommt so hängelassig, in einem Hafer uns der Hunde stehen, und an dem, wo wo auch ich, und an dem, wo wir uns versinnen. So, dort hat er mit Adam und Äufer, und so hat er verletzt Äufer und sie äten Adam und Äufer, äten von der Frucht, was sie nicht sollen von Äufer. So, nun haben Adam und Äufer sich gewählt, die böse vielen Gehorsam zu sein, und sie haben sich versinnlich, versinnlich, versinnlich für Gott. In dem Moment ändert alles für die Menschheit. Gott sieht nun, wie immer mit einem Gemeinschaft haben wir als Menschen. So, nun, dass wir uns versinnlich haben, wir können Gott im Garten nennen, und sie verstüllen sich. Warum? Sie werden nötig, und sie schämen sich vor Gott. Sie wissen, sie haben sich verschuldet. Manche Eierreden da, und die Paragia sagt dort, heute mögen die Menschen, sie werden nötig, und sie schämen sich nicht. Nun schämen sie sich. Nun sind ihre Augen aufgegangen, wo sie weit dabei sind, in Gäubert. Es reicht eine Eierreichlichkeit. So, nun sind sie in einer sinnvollen Laufbahn. Und Gott sagt, von nun wieder, der Mann, der wird schäfen, mit zweitem Sinn gesagt, er braucht es verdäumt. Kräut wird niemand in der Stadt wussten, wenn sie in der Ackerin waren. Nun wurden viele Probleme und Schwierigkeiten gekommen, wie es den Sinn, das wir haben bekommen. Nun wurden die Weide, Wehe und Schmerzen geworden, physisch gedauert, dass wir uns versinnlich haben. So nun, dass wir heute auch haben, Schwierigkeiten, Troubles, wir haben gesündigt. Nicht bloß, dass ein Mensch, in einer besonderen Krankheit leben, er sterben wird, wenn heute allein, wir haben gesündigt, über die Krankheiten, das physische sterben, wenn wir uns nicht an Jesus erinnern, und dann sind wir getrennt, von Gott für immer und immer. Wir haben uns versinnlich. Über viele Troubles und Schwierigkeiten kommen, wie es überall, wir alle Trouppen haben versinnlich. Und so, durch alle im Garten, sagt Gott, Toe, Adam und Eufer. Er vereint, sagt heute, wir sind nicht getrennt, wir haben uns nicht versinnlich von Gott. Gott ist ein helliger Gott, ein reiner Gott. In jeder Sinn, kriegt man den Bestruf von Gott. Jeder Sinn. Jeder Sinn, wo ein Mensch begonnen hat, wird bestruft worden von Gott. Sondern unter wird, wir haben kein Wach, dort geht mehr. Von da, wo Adam und Eufer sich versinnlich haben, haben wir alle nur dem, wie auch, wie mitgegen, wir haben uns alle versinnlich von Gott. Wir sind alle in das selte Boot, wie alle Sinder. Das ist der 3. Kapitel 8, wir sind alle Sinder, wir sind alle Sinder, wir haben nichts, was wir können, zum Gott verstanden haben. Sinn ist eine Bestrufung für Gott und Schwierigkeiten. Und so, was wir uns nicht verdient haben als Trend, als Hall, nur der Hall zu gehen, für immer und immer, und dort bestrufen können, und ja weiter und liegen, und schwälen, für unsere Sinnenschuld, für immer und immer, in aller Ewigkeit, und da wird niemand verstanden. Aber Gott sagt, ich glaube, die Menschheit so säuert, dass ich, wo er in Wahrheit aufmerken kann, dass er kein Gerät hat. Nach und unterdenkt, ich glaube, dass der Fiente, der verrät sich, der sprungt, und hübscht, und juchzt, und jubelt, weil heute Menschen können vernichten, nicht wo die Menschen alle verloren gingen, nicht wo alle durchgehen gingen, wo heute in seiner Weise gestern gingen, in der Verduntnis nehmen, in der Halle nehmen, für immer und immer, die bestrufen, für die Schuld, und den Sinn, was sie jeden Gott zu tun haben. Und ich glaube, die Fiente freut sich, da sagt auch, weil Gott sagt auch noch, weil sie fängt, du hast keine Kraft, du hast nicht die letzte Geburt, er war in Wahrheit, wo die Menschheit kann doch nicht mehr kommen, und sich frisch gesäuert mit mir, und kann gereich werden. Und durch alle im Garten sage ich, Gott hat dich bei sie fängt. Wir haben viele bessere Menschen, wenn sie das lesen, und sie glauben, Gott sagt, du tust den Schlamm. Warum sagst du, in Wahrlichkeit, du tust den Fiend? Weil der Schlamm ist bloß im Bild für uns, zu sagen, was der Fiend wirklich ist. Das hängt sich. Und Gott sagt, du tust den Menschen, wo du tust den Kuh, und er sagt, du tust den Fiend, das hängt sich, der Fiend zu sein, und er sagt, du tust den Kuh, 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 blotquatschen. Und dann wird er, er wird die Kroflüs merken, er wird den Verspieler merken, wie es an den Kopf hingenquatschen ist, das ist Kroflüs. Kannst nicht mehr aufhören. Und Gott sagt, der Mensch wird kommen, der wird dann an die Weiße finden. Und dann meint Jesus wird kommen, an den Wachhüb zu merken, dort die Weiße finden verspielt, und dort wird Kroflüs sein, und Gott als Störter hat er auf der Last geholt, und er wird in Wachhüb merken, dort wie, wo er im Frischkern vergift wurde. So, lieber Freund, worum fehlt uns dort an Jesus? Worum fehlt uns dort an Vergebung? Beis die Hand gesündig, vergott, und wie, in uns selbst, kann dein Sinn und Schuld nicht betonen. Dort, wie fehlt uns dort an Jesus? Bis heute erst all gekommen, und ich habe dort betont für uns. Ich habe uns erstellt, und ich habe hier genommen, um nur Halt zu gehen, um Krieg zu gehen, um an sich zu schulden, zu betonen. Fremd, dort, wo ich wissen, ist der erste Part, wo er gehen wird, ich vertraue dir, was der zweite Part auch wirklich wollen zu erreichen. Wenn ich das eine Frau haben, oder wenn ich meine Weißen fand, kann ich wirklich auch nennen. Ich habe die Japaner von Sublette, Kansas, mit Fondsnummer ist SARS-2-0, nein, SARS-2-0, 1-4-8-7, kann ich mich an WhatsApp anrufen, ich würde wirklich helfen, die Tragen noch mal wo, und die Gäude die Mannschaft handeln, die uns in die Höhle, woran uns dort an Jesus fehlt, woran uns dort an Verhebung fehlt. Bis nächste Mal. anrufen.